auch wenn es bei einem umzug so aussieht einfach schrecklich kann man mal ein essen genießen steak mit pommes und salat aber hier geht es eigentlich um den nachtisch und also in dem glas es kann irgendein marmeladenglas sein das hat man auch schon mal einfach auch beim umzug da ich mag keinen weißen zucker also rohrzucker oder wer doch weißen zucker mag und da hat eben den haferflocken kakao kokos raspeln ja je nachdem karo kaffee oder ich sag mal echten kaffee auch wenn es pulver ist aber es wird ja eingerührt hier den fettigen griechischen joghurt nach belieben mischen und wem es zu sämig ist noch ein schluck milch bei ok guten appetit ja und da unten sind die hühner